Moin Moin Leute, mein Name ist ReeFaser und im heutigen Video dreht es sich um ein wenig Informationsmaterial, denn ich bin tatsächlich von einigen Leuten auf dem Discord, auf Twitter und ähnlich gefragt worden, okay, was plane ich aktuell in meinem Kanal? Ihr habt ja mitbekommen, Xenoverse 2, Switch-Version ist jetzt raus, aber hat für mich ja ein bisschen so sein Zenit erreicht, ich bringe sehr viel Dokkan-Batteln und ich habe so ein paar unterschiedliche Sachen vor und ich möchte mit euch hier gemeinsam darüber reden, euch nach eurer Meinung fragen, schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, worauf ihr euch am meisten freuen würdet, wo ihr sagt, hey, das wäre doch ganz cool, wenn du das bringst. Ich habe so ein paar Sachen jetzt, ich nenne es Q4, dadurch, dass ich ja im Marketing unterwegs bin, ist es so, dass wir in Quartalen teilweise denken und Q4 heißt Oktober, November, Dezember. Da habe ich ein bisschen was vor, ein bisschen was auszuprobieren, natürlich Beständiges zu zeigen und da möchte ich einfach mit euch durchgehen, was ich mir so überlegt habe. Metagon sieht ein bisschen Dragon Ball FighterZ Gameplay, natürlich aus der Beta, ich habe das Spiel geliebt, ab Februar werde ich mich sowas von in dem Spiel reinsteigern, wenn ich Zeit habe, denn ich fange vielleicht damit an, was dieses Jahr bei mir grundsätzlich noch passiert. Ich wohne aktuell noch in Berlin und werde im November heiraten und werde daher im Dezember nach Hamburg zurückziehen, wo ich acht Jahre vorher gewohnt habe, ich war jetzt zwei Jahre in Berlin, weil ich dann gerne mit meiner Frau zusammenleben möchte und nicht mehr getrennt und nur eine Wochenendbeziehung haben. Das bedeutet, ich arbeite aber dann weiterhin in Berlin und muss hin und her pendeln, das heißt, ich muss dann schauen, wie ich das mit YouTube noch verbinden kann, da werde ich wahrscheinlich nicht mehr täglich uploaden können, vielleicht habe ich das genug vorzubereiten. Auf jeden Fall wird gerade gegen Ende des Jahres bei mir wahrscheinlich ein bisschen weniger kommen, aber zu gegebener Zeit gibt es da ein bisschen mehr Informationen, aber ich mache es trotzdem gerne und ja, macht es auch Spaß, das ist es grundsätzlich. Also was habe ich so geplant? Also grundsätzlich, Dokam Battle bleibt, da brauche ich nicht viel zu sagen. Summons, ich werde anfangen viel mehr Teams vorzustellen, das heißt Teams zusammenzubauen, unterschiedliche Teams, gucken, wie ich Events damit schaffe, auch auf eure Vorschläge eingehen, was ich sehr cool fand, in meinen Great Ape Videos habt ihr mir einige coole Vorschläge da gelassen, wie ein reines Freezer Team, ich mache ein reines Free-to-Play Team, ich baue Teams und bestimmte Karten herum, das heißt, so ein bisschen mehr Tutorial mäßig, aber auch um Spaß zu haben, die Summons so weit wie möglich und natürlich, so wie es auch mir auch Spaß macht und natürlich, wenn irgendwas in dem Spiel irgendwie passiert. Ich bleibe bei Global, das wird sich nicht ändern, ich habe nicht Lust vor, JP zu starten. Dann werde ich aber sehr wahrscheinlich Naruto Blazing anfangen, ein bisschen mehr zu zeigen, ich habe schon so zwei, drei Videos dazu gemacht, aber ich wollte mir erstmal, also erstmal genug im Ninja-Rank hochkommen, um vernünftige Teams aufbauen zu können, selber ein bisschen besser das Spiel verstehen, bevor ich anfange Videos dazu zu machen, weil ich finde, wenn ich Videos dazu mache, sollte ich euch zumindest einen guten Eindruck des Spiels geben können und nicht nur Schwachsinn reden. Das ist auch der Grund, warum zu Bleach erstmal nichts bei mir kommt und anderen Games, weil ich mich mit den Spielen erstmal befassen muss. Das heißt, Naruto Blazing wird wahrscheinlich ein bisschen mehr kommen. 10 Uhr bis 2 werde ich definitiv die Rephaser-Games wiederbeleben, im Streams und dann hier auf YouTube die Videos zusammenfassend hochladen. Wenn ich ein bisschen anders vorgehen, habe ich vorab Mitte Oktober wieder zu machen. Also wenn ich dann halt jetzt mit diesen ganzen Arbeitsstress und so weiter ein bisschen durch bin, ich werde es im Oktober versuchen oft zu machen, weil ich im November durch meine Hochzeit wahrscheinlich nicht ganz so viel Zeit dafür habe. Aber Xenoverse 2 wird auf jeden Fall natürlich noch kommen, aber nur Rephaser-Games. Es sei denn, DLC 5 droppt irgendwann. Ich gehe davon aus, sie bringen es eher so Ende November raus. Dann werde ich natürlich auch zum DLC 5 einige Videos machen, zum Content, zu den Charakteren und so weiter und so fort. Zu der Switch-Version hatte ich mir überlegt, ein bisschen was zu machen, aber ich habe mir sie letztendlich doch nicht gekauft, denn die Switch-Version bietet ja an sich Xenoverse 1 nochmal mit, was ich cool finde im ersten Monat, wenn ihr sie kauft als kostenlosen DLC. Und ansonsten nur das, was ich auch auf der PlayStation 4 Version schon habe, plus die DLCs müsste man sich extra kaufen. Das heißt, da habe ich mich nun dann dagegen entschieden. Dann habe ich auch noch ein paar andere Sachen vor. Zum einen möchte ich weiterhin auch so kleinere Games vorstellen. Ich habe Bleed schon kurz vorgestellt, ich habe Sword Art Online jetzt, schaue ich mir an, werde ich auch kurz vorstellen. One Piece Treasure Cruise, endlich mal, Conor. Ja, ich weiß, das werde ich dir auch vorstellen. Das heißt, ich werde mich so im Anime-Games-Bereich auf Mobile, aber auch auf Desktop, alles, was ich mal zwischendurch kaufe, irgendwie auch vorstellen. Und ich habe zwei Reihenformen. Diese Reihen muss ich mal schauen, wie ich zeitlich dazu komme, wann ich sie anfange. Ich werde sie dann wahrscheinlich erst einmal bis zum Ende des Jahres durchziehen. Die erste Reihe ist die Naruto-Ultimate-Storm-Reihe, denn ich habe die Naruto-Legacy gekauft. Das ist ja das Ultimate-Storm 1 bis 4. Und da möchte ich eigentlich so eine Art Let's Play machen. Ich bin nicht wirklich ein Let's Player, aber ich möchte in Naruto ein bisschen mehr reinkommen. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist eine ganz coole Sache, wenn man die Story einfach einmal durchspielt. Das würde ich dann mit euch gemeinsam machen, entweder in Streams oder nur in Videos. Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, zeitlich wird es wahrscheinlich eher nur in Videos sein. Und dann diese Teile halt hochladen. Das wollte ich halt von Teil 1 bis Teil 4 machen, damit ihr euch auch anschauen könnt, wie diese Spiele sich entwickelt haben, was ich sehr cool finde. Und ich habe das digital. Ich habe ja auch Naruto-Ultimate-Ninja-Storm 4, denn das hatte ich mir vorher gekauft, bevor Legacy rausgekommen ist in einem Sale. Das werde ich dann auch zugegebener Zeit in diesen Videos wahrscheinlich irgendwie verlosen, denn ich brauche es nicht mehr. Und das habe ich tatsächlich als richtige Disc. Das ist Teil 1. Und Teil 2, ich möchte eine Legacy-Reihe rund um Dragon Ball machen. Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen. Ich habe vor, ich glaube jetzt fast 2 Monaten, eine Reihe abgeschlossen, in denen ich die Dragon Ball Games kurz vorgestellt habe. Das heißt, die Dragon Ball Games Geschichte. Und ich denen gezeigt habe, von da kommen wir. Und diese Games sind bis dato in den letzten fast 25 Jahren rausgekommen. Und dann habe ich mir überlegt, in Vorbereitung auf Dragon Ball Fighters werde ich in jedes Game tatsächlich noch einmal reingehen und es spielen. Denn Nostalgie ist eine Bitch, wie man so schön sagt. Das bedeutet, viele, also ich kenne ein bisschen ältere Games als viele von euch, aber viele denken, oh, die Games waren so geil. Und ich glaube, wenn man sie heute noch mal spielt, denkt man sich, ja, ich glaube, ich fand sie sehr geil damals, aber zu dem aktuellen Zeitpunkt finde ich sie vielleicht gar nicht mehr so gut. Oder man spielt sie und denkt sich, oh, dieses Game ist super gealtert und ist immer noch geil. Das heißt, ich möchte tatsächlich mit Super Nintendo Spielen anfangen und dann würde ich immer so ein einzelnes Video machen, wo ich mal eine Play Session, vielleicht den Arcade-Modus oder den Story-Modus durchspiele, je nachdem, was für ein Spiel das ist, natürlich vielleicht ein bisschen länger, vielleicht zwei, drei Videos und mit euch gemeinsam das dann teile und erlebe. Ich glaube, das werde ich vielleicht in Streams machen, weil ich glaube, so ein Stream rund um ein Spiel kann ganz lustig sein und dann bringe ich halt zusammenfassend halt ein Video über die Erlebnis und so ein kleines Fazit, wie das Game mir gefallen hat. Das heißt, wir würden dann über Super Butoden, über Hyper Dimension, Final Bout of the PlayStation 1, Richtung Budokai, Budokai Tenkaichi, Raging Blast, tatsächlich alle einmal komplett durchzocken. Viele habe ich noch original, eine PlayStation 3 habe ich mir jetzt auch besorgt dafür, gerade für die neueren PlayStation 3 Titeln, die nicht auf Emulatoren laufen und die anderen werde ich halt wahrscheinlich durch Emulatoren spielen. Ich glaube, das kann eine ganz coole Sache sein und ihr könnt mir gerne in den Kommentaren da lassen, ob ihr sagt, ja, ist eine coole Idee oder ob ihr sagt, na, weiß ich noch nicht so ganz genau, aber würde ich tatsächlich halt immer vielleicht einmal die Woche so ein Video hochladen, wo ich eins der älteren Spiele einfach nochmal zocke. Wenn mir ein Spiel gut gefällt, vielleicht spiele ich das sogar ein paar Mal mehr und bringe ein paar Videos mehr raus, aber der Grundplan ist tatsächlich, von Anfang anzufangen mit dem ersten Legacy-Video bis zu halt zum letzten, was Xenoverse 2 ja wäre und damit sich ein bisschen auf Dragon Ball Fighters zu freuen, wenn es dann im Februar rauskommt. Und das ist so mehr oder weniger mein grober Plan für, ja, ich sag mal, den Rest des Jahres. Ich werde versuchen, immer noch meine 5 bis 7 Videos die Woche hochzuladen. Es kann gut sein, dass ich es nicht mehr schaffe, jeden Tag ein Video hochzuladen. Ich bevorzuge es aber, ein Video weniger zu machen und mir dafür vielleicht 1, 2 Stunden Zeit mehr nehmen, um ein anderes Video zu machen oder vielleicht tatsächlich meinen Stream zu machen und dann eine Zusammenfassung des Streams dann hochzuladen, damit wir einfach so eine gute Mischung haben. Zum Ende hin, Discord. Viele für diejenigen, die noch da sind und die euch noch interessieren, Hashtag Discord in den Chat, oder in den Kommentaren, falls ihr das noch seht. Ich finde, mit dem Discord ist ja vieles drum herum gegangen, also vieles Gutes, vieles Schlechtes und ich habe mich jetzt ja dazu entschlossen, ich habe sogar in meinem Urlaub kurz ein Video hochgeladen, ich habe mich dazu entschlossen, ich werde den Discord, ja, meinen Discord-Server nicht schließen, sondern ich habe ein bisschen aufgeräumt, ich habe neue Regeln aufgesetzt und werde versuchen, halt ab Mitte Oktober auch ein bisschen aktiver selber dort zu sein, was ja nicht immer funktioniert bei mir durch die Arbeit, aber ich möchte es trotzdem versuchen. Also, ich werde ein bisschen dedizierter mit den Mods umgehen, wer Mod wird und wer nicht. Ich werde weniger Freiheiten geben, was ich vorher gegeben habe, dadurch ist das Ganze ein bisschen wild gegangen und ich werde aber auch ganz klar und strikte Regeln dort haben, wie man sich zu benehmen hat. Das war eines der größten Probleme, wodurch wirklich, ich sage mal, ja, Diskussionen hochkamen und Leute sich unbehandelt gefühlt haben. Das heißt, es gibt eine ganz klare Regel, wie man sich da miteinander umgeht und wer das nicht befolgen kann, der wird eben von dem Server gekickt, damit habe ich kein Problem. Ich möchte, dass die Community miteinander umgehen kann und nicht gegeneinander, denn am Ende, wir lieben alle dasselbe. Wir lieben Games, wir lieben Animes, wir lieben Dragon Ball. Warum sollten wir uns da irgendwie streiten? Klar, bei kompetitiven Games ist es manchmal ein bisschen doof, weil, ey, ich bin besser als du, bla bla bla, aber ihr kennt mich mittlerweile, mir geht es nicht darum, der Beste zu sein oder dass man irgendwie Stress miteinander hat. Ich möchte einfach nur eine coole Sache mit der Community gemeinsam machen können, denn am Ende sind wir alle eine Community und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Das heißt, wenn ja, joint unseren Discord. Wenn ihr sagt, nö, ist mir zu doof, dann lief den Discord, ist mir auch recht. Hauptsache, die Leute, die da sind, haben Spaß, denn ich habe sehr viele Leute gehabt, die gesagt haben, hey, wir würden es gerne haben, wir haben hier Leute kennengelernt und irgendwie kriegen wir das hin, also versuchen wir es gemeinsam. Das gucke ich mir bis Ende des Jahres an und wenn ich merke, okay, es geht in die falsche Richtung, dann stelle ich ihn ab, wenn ich merke, ey, dann werde ich wahrscheinlich ein paar Mods mehr da haben, die das ein bisschen selbstständiger machen und immer mal wieder natürlich reinschauen. So, das soll es gewesen sein. Grobe Übersicht, schreibt mir gerne unten rein, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, wovon ihr euch mehr wünscht. Wenn ihr euch von irgendwas mehr wünscht, wie zum Beispiel Xenoverse, dann sagt mir auch gerne, was ihr euch wünscht, weil bei Xenoverse habe ich tatsächlich gesagt, ich mag Dragon Ball Xenoverse und Xenoverse Zweifel, das schiegt mich nicht falsch, aber ich habe alles, was ich persönlich finde, was man zu Videos verarbeiten kann, habe ich umgesetzt. In den Online-Modus, ich persönlich finde, auf Fighting Game Ebene und in diesem Modus werde ich wahrscheinlich nicht mehr glücklich, weil ich mich nicht mehr wirklich reinsteigern möchte und mit dem Kopf nun mal schon bei Dragon Ball Fighters bin. Wenn ihr aber sagt, es gibt ein paar andere Sachen, die euch interessieren würden in Richtung Xenoverse, schreibt sie gerne unten rein oder andere Games. Es wird hier immer aber um Games, um Animes und so weiter gehen. Ich werde auch meine Diskussionen rund um Dragon Ball Super und so weiter weiterführen. Die Reviews werde ich nicht mehr machen, weil ich gemerkt habe, ich schaffe es nicht zeitig, Reviews zu machen. Die Folge kommt Samstagabend, Sonntag früh und ich komme meistens erst Dienstag dazu, ein Review zu machen. Das ist schon viel zu spät. Die meisten Leute haben die Folge schon gesehen, haben schon andere Reviews gesehen. Ich mache ein bisschen andere Arten von Videos rund um den Anime und werde vielleicht auch noch den anderen Anime noch hier in den Channel mit reinbringen, den ich wieder jetzt abcatchen möchte. Also Naruto, wie gehabt, möchte ich mir hier anschauen. Ich möchte One Piece endlich weiterschauen. Ich bin immer noch beim Don Flamingo-Ark hängen geblieben. Und so ein paar Sachen werden auch noch kommen, sind aber nicht hundertprozentig geplant. Deswegen habe ich sie hier nicht so dediziert benannt. Das war es jetzt aber gewesen zu sein. viel Gelaber, kein Skript, einfach nur so meine Ideen und ich freue mich sehr auf eure Kommentare, auf das, was ihr denkt, was gut ist, auf das, worauf ihr euch freut. Denn am Ende, ich mache YouTube auch Spaß und ich möchte etwas machen, was mir Spaß macht und was ihr euch gerne anschaut. Deswegen ist eine Kommunikation von beiden Seiten immer eine ziemlich coole Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Like. Ihr könnt euch natürlich auch gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch einen von meinen Playlists anschauen und mich selbstverständlich abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.